Musik Kraftvoll, präzise und schnell. Wir präsentieren Ihnen jetzt ein neues Mitglied unserer Produktfamilie, den Sennebogen 835 G-Serie. Mit diesem Umschlag-Bagger für Binnenhefen und Schrotteinsätze werden Sie so effizient und profitabel arbeiten wie nie zuvor. Und ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis. Ihre Servicetechniker werden diese Maschine lieben. Sie möchten mehr erfahren? Dann kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen die neuen Features und welche Vorteile Sie davon haben. Damit hallo und ganz herzlich willkommen. Der 835 bildet den ersten einer komplett neuen Maschinengeneration unserer G-Serie. Mit ihm erleben Sie einen neuen Standard im Materialumschlag. Innovative Technologie trifft auf ein großzügiges, durchdachtes Maschinendesign. Und das alles in einer noch nie dagewesenen Effizienz. Und mit der G-Serie erwartet Sie technologische Innovationen, ein günstiger und ökologischer Betrieb, sowie ein auf den Anwender ausgerichtetes Maschinendesign. Egal ob Fahrer, Fuhrparkleiter oder Servicetechniker. Also, let's move big things! Musik Starten wir mit der Leistung. Denn der neue 835 G-Serie hat richtig Power. Der 835 schafft mit bis zu 20 Meter Ausrüstungsdünge mehr als 700 Tonnen Umschlagleistung pro Stunde. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das einzigartig in dieser Maschinenklasse ist? Gleichzeitig fahren Sie dabei besonders wirtschaftlich und umweltschonend. Mit modernster Dieseltechnologie gemäß Emissionsstufe 5, einem hervorragenden Wirkungsgrad der Hydraulik und durch Senebogen-Zybrid-Technologie Green Hybrid. Was bedeutet das für Sie und Ihr Unternehmen ganz konkret? Sie sparen dabei rund ein Drittel Ihrer gesamten Betriebskosten. Und aufgrund des niedrigen Verbrauchs über 30 Prozent weniger Kraftstoffkosten. Einmalig in dieser Maschinenklasse. Große Leistung und dabei enorm viel Energie sparen. Eigentlich genauso, wie Sie es sich wünschen, oder? Wie das im Detail funktioniert, das verrät uns jetzt unser Produktexperte Cornelius Strobel. Saskia, das wolltest du doch bestimmt sehen. Auf jeden Fall. Das ist also die Hybrid-Technologie, die wirklich alle begeistert. Verrate uns doch, was ist das Besondere daran? Sehr gerne, Saskia. Die Hybrid-Technologie wird, wie du schon angedeutet hast, seit vielen Jahren in unseren Großmaschinen eingesetzt. Sie besteht aus zwei harmonischen Komponenten. Einem höchst effizienten Diesel- oder Elektromotor, gepaart mit durchdachter Speichertechnologie. Und im sicheren Heckbereich der Maschine finden wir Speicherelemente, welche die Energie aus der Bewegung des Auslegers für den nächsten Arbeitszug speichern können. Wie sehen denn weitere Vorteile aus? Die Hybrid-Technologie funktioniert wie eine gespannte Feder, die die Arbeitsbewegung des Auslegers so stark unterstützt, dass ich viel weniger Energie benötige, um die Ausrüstung zu heben. Dadurch sparen unsere Kunden so viel Kraftstoffe. Und das Hybrid-System funktioniert dabei absolut sicher, zuverlässig und ist nahezu wartungsfrei. Das heißt, der Nutzen für unsere Kunden ist äußerst hoch, der Aufwand minimal. Unsere Kunden staunen jedes Mal über die Leistungsfähigkeit, die Schnelligkeit und die Feinfühligkeit des Systems. Das hört sich richtig gut an. Vielen herzlichen Dank, Cornelius. Und wer mehr zur Funktion des Green Hybrid Systems erfahren möchte, der findet auf unserer 835 Produktseite einen sehr interessanten Clip dazu. Meine Empfehlung für Sie. Schauen wir uns das Herzstück des 835 G-Serie an. Wir setzen beim 835 G-Serie auf einen verbrauchsarm, aber leistungsfähigen Motor mit 6,7 Litern Hubraum. Denn die Kombination aus beiden Antrieben, einem 186 kW-Motor und der Hybrid-Technologie, gewährleistet diesen hohen Wirkungsgrad. Stichwort Effizienz. Auch in der G-Serie haben wir Bewertes für Sie weiter verbessert, um eine Top-Leistung zu erzielen. Um den Wirkungsgrad noch weiter zu erhöhen, haben wir auch die Hydraulik komplett überarbeitet. Jede Schlauchführung, jeder Durchmesser, jedes Ventil und jeder Strömungsquerschnitt wurden untersucht und optimiert und das Pumpensystem damit entlastet. Ja, unserer bewährten Hydraulik haben wir ein enormes Tuning verpasst. Die Top-Leistung wird Sie begeistern. Die Einsparungen auch. Mit der neuen G-Serie haben Sie nicht nur Ihre Betriebskosten im Griff. Mit dem Telematik-System ZenTrack haben Sie von der Ferne jederzeit Zugriff auf Ihre Maschinendaten und damit Kontrolle über Ihre Maschine. Nichts entgeht Ihnen. Oder Sie lassen sich durch uns an Ihren nächsten Service erinnern. Wir machen das gerne für Sie. Nun zur wichtigsten Person in der Maschine, dem Fahrer oder der Fahrerin. Wir haben alles so für Sie angepasst, dass Sie entspannt und konzentriert arbeiten können und die Arbeitszeit wie im Flug vergeht. Unsere neue MaxCap ist auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Wir haben nämlich die Kabine nach Ihrem Feedback konstruiert. Sie werden begeistert sein. Begeistert vom niedrigen Geräuschpegel in der Kabine, ermöglicht durch die schwingungsgedämpfte Konstruktion. Gepaart mit den passenden Werkstoffen. Begeistert von den durchgehenden Scheiben, die einen ungestörten Blick auf Ihre Umgebung und das Anbaugerät ermöglichen. Begeistert von den präzisen Arbeitsbewegungen der Maschine. Dank der leichtgängigen Joysticks, die perfekt in der Hand liegen. Dafür gab es übrigens einen Design Award. Und ganz neu ist diese Bedientastatur hier neben mir. Hier finden Sie fast alle Funktionen in Reichweite, schnell und komfortabel zu bedienen. Und Sie werden begeistert sein von Ihrem Fahrersitz. Die Luftfederung gleicht alle Maschinenbewegungen angenehm aus und der Sitz lässt sich auf all Ihre Bedürfnisse optimal einstellen. Und wer noch mehr möchte? Eine mögliche Sitzklimatisierung sorgt für den Extra-Komfort. Nämlich für einen gleichbleibend angenehmen Arbeitsplatz in jeder Jahreszeit. Und auch für Entertainment ist gesorgt. Rock'n'Roll! Ein neues Soundsystem liefert den richtigen Beat für Ihren Arbeitsalltag. Über die Bluetooth-Funktion entscheiden Sie selbst, was gespielt wird. Egal wie viele Stunden Sie in der neuen MaxCap verbringen, hier sitzen Sie richtig gut. Höchst komfortabel geht es weiter. Senneburgens Ingenieure haben sich für die Fahrer ein richtig tolles Feature einfallen lassen. Mit der neuen Kabinenerhöhung erhält der Fahrer nicht nur ein großes Plus an Sichthöhe für ein Maximum an Sicherheit und Übersicht. Dank der extrem robusten Ausführung ist sie zudem ein Garant für ruhiges und ermüdungsfreies Arbeiten. Auch bei zügigen Fahrbewegungen. Wir fliegen quasi mit Thomas ganz sanft nach unten. Dank der starken LED-Beleuchtung behalten Sie immer den Durchblick, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Bevor wir jetzt unserem 835G-Serie eine Arbeitspause gönnen, betätigen wir den Batterietrendschalter. Und diesen finden Sie ganz komfortabel direkt in der Kabine. Und zwar hier. Über einen Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen und der ist richtig wichtig. Ihre Sicherheit. Sei es beim Arbeiten durch Kameraunterstützung, beim täglichen Maschinencheck oder beim Service am Umschlagbagger. Mit dem 835G sind Sie in jeder Situation sicher. Über den Trittrost und die Haltegriffe an den relevanten Aufstiegspunkten steigen Sie problemlos und sicher in die Kabine ein. Das Geländer am Oberwagen bildet Ihre Absicherung bei Wartungsarbeiten. Auf dem Oberwagen selbst ist alles übersichtlich und angenehm auf einer Ebene ausgeführt. Außerdem können Sie umweltverträgliche Bioöle einsetzen, als aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Jetzt haben Sie schon fast alles über den 835G-Serie erfahren. Aber eine Sache, die fehlt noch. Unser Motto für die Technik. Keep it simple. Drei kleine Worte mit großer Bedeutung. Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen auf Hydraulik und Elektrik, wo Elektronik keinen Mehrwert bringt. Und ganz wichtig, wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand. Denn in zeitkritischen Prozessen, wie im Hafen, am Schrottplatz oder im Stahlwerk, müssen die Maschinen zuverlässig funktionieren. Unser Keep it simple Prinzip ist Ihr Vorteil. Sie führen Maschinendiagnosen und Wartungsarbeiten in vielen Fällen selber durch. Mit der klaren Anordnung und Kennzeichnung der Bauteile finden Sie sich sofort zurechtversprochen. Einzelne Komponenten sind schnell identifiziert und Ersatzteile einfach bestellt. Die tägliche Wartung wird so noch einfacher für Sie. Alle Stellen, die Sie checken müssen, sind vom Boden aus zu erreichen. Wie zum Beispiel die Schmieranlage. Schließlich soll es so bequem wie möglich für Sie sein. Sie sehen, mit dem neuen 835 G-Serie werden Sie auf Ihrem Schrottplatz oder in Ihrem Hafen neue Standards im Materialumschlag erleben. Dank seiner Servicefreundlichkeit, Zuverlässigkeit und dem Fahrerkomfort. Neben der herausragenden Effizienz. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst. Unser neues Glanzstück wird Sie begeistern mit seiner innovativen und ausgereisten Technik. Er ist kostensparend, kraftvoll und umweltfreundlich zugleich. Gerne dürfen Sie uns oder einen unserer 180 Vertriebspartner weltweit kontaktieren. Wir beantworten Ihnen gerne alle weiteren Fragen rund um den neuen 835 G-Serie. In diesem Sinne, let's move big things! Wir beantworten Ihnen gerne alle weiteren Fragen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.